Hier die Station Voyager A7. Ja, siehst du, wunderbar. Du kommst gut an. 5 und 9 machst du hier bei mir. Erstmal guten Abend. Und 5, 9 bei mir. Das Passwort loaded. Hi, Gude. Moment. Bisschen leiser machen. Ja, Funkstaffel 2024 vom 6. auf den 7. April. Wir haben jetzt 5.30 Uhr, 22.25 Uhr. Hab mich jetzt oben auf den Hügel gemacht. Alles aufgebaut. Ich habe gerade gesehen, die Hessenrunde auf Kanal 12 USB ist schon aktiv. Ja, und es wird auch nicht viel gequasselt. Wenn es nachher losgeht, mache ich es wieder an. Alles klar. Bis dann. Ciao. So, da sind wir noch einmal. Ja, das wird jetzt bald losgehen in ein paar Minuten. Also langsam gehen sie alle auf den Kanal runter, in dem die Funkstaffel stattfindet. Und heute auch angenehme Temperaturen, muss ich sagen. Es ist, ich weiß ja, ich müsste mal schauen, wie viel wir im Auto haben. Ich habe mir extra so ein kleines Thermometer hineingebaut. Da blendet gerade das Licht so eich. Naja, der sagt mir, 18 Grad sind hier drin. Reicht. Heizsonne brauche ich wahrscheinlich nicht. Mal gucken, wie lange das dann heute funktioniert, wie lange das geht alles. Ja. Und dann würde ich sagen, als nächstes hören wir wieder nur die Mitschnitte von der Funkstaffel. Alles klar. Bis später. Ciao. Ja, siehst du wunderbar, du kommst gut an. 5 und 9 machst du hier bei mir erstmal einen guten Abend und 5 und 9 bei mir. Das Passwort lautet, Internet war gestern, heute funken wir. Ja, vielen Dank 5 und 9er. Von deiner Seite hier die Station Voyager 7. Ich rufe die Nummer 55, Radio Steinberg. Das Passwort lautet, das Internet war gestern, heute funken wir. Ja, wenn du das da gewesen bist, dann begrüße ich dich. Hallihallo, ich wollte dir mal das Passwort für die Funkstaffel zurückgeben. Okay, das lautet dieses Mal, das Internet war gestern, heute funken wir. Ich weiß jetzt nicht, ob das angekommen ist bei dir, Christian. Ja, dann mach doch mal weiter. Ja, mittlerweile haben wir ein Uhr durch. Geht nicht weiter. Ich weiß nicht, woran es hängt, aber die sind jetzt, das ist, ich bin auf Seite, angemeldet, auf Seite 4. Im unteren Drittel, jetzt krebsen wir noch auf Seite 2. Untenrum, also... Jede Menge, ja, Idioten will ich jetzt nicht sagen, aber Leute drin, die meinen, sie müssen unbedingt laufen dazwischen und stören. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir dieses Jahr überhaupt keinen Spaß. Also, das ist schwer zu überlegen, ob ich nächstes Jahr dann sage, ich mache mit oder ob ich sage, nächstes Jahr komm her, ich setze mal ein Jahr aus. Weiß es nicht. Ja, das war so, bis 2 Uhr, ja, werde ich noch hier sitzen, vielleicht noch Viertel nach 2, wenn sich da nichts tut, melde ich mich an meinen, ja, an die Funkstation, wo ich hinfunken muss und sage zu ihm, ich packe ein, es ist reizlos. Hier hängst du rum und, ja, es geht einfach nicht weiter. Das hat jetzt fast über eine Stunde, hat die Staffel in Berlin, glaube ich, gehängt. Berlin, Brandenburg und, ich glaube, Richtung Norden hat sie gehängt. Da ist überhaupt nichts passiert. Naja, gut, okay. Mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht wird es ja noch was. Sind wir mal ein bisschen optimistisch. Ich nenne dir mal das Kenntnis für heute, das Internet war gestern, heute funken wir. Kommen. Roger ist angekommen und dann mache ich auch gleich weiter und rufe die Station 13, Romeo Bravo 21, den Uwe, bitte kommen. Ja, hier, 13, Romeo Bravo 21. Ja, wunderbar, dass du mich aufnehmen kannst. Das Passwort ist, das Internet war gestern, heute funken wir. Ich wiederhole, das Internet war gestern, heute funken wir. Ist das angekommen? Ja, Roger, ich bestätige, das Internet war gestern, heute funken wir. Super, dann mach weiter, 73. 73 zurück, ich mache weiter und rufe die Station DMI 414. Ja, hallo Uwe, ich kann dich aufnehmen. Ja, hallo Uwe, ich gebe dir das Passwort, das Passwort lautet, Internet war gestern, heute funken wir. Bitte bestätigen. Ja, hallo Uwe, ich habe vorhin verstanden, das Internet war gestern, heute funken wir. Ja, Roger, Roger, bitte weiter gehen. I.G. Knotenfunk, ich rufe den Stefan, hier ist DMI 414. Roger, ich höre. Ja, die Losung ist, das Internet war gestern, heute funken wir. Bitte bestätigen. Der Ajax ist schon durch. Roger, das Internet war gestern, heute funken wir. Alles klar, 73. Ich rufe den Stratos. 13 Hotel November 6314, den Uwe. Ja, Roger, ist dran. Jawohl, Uwe, grüße dich, kann ich super hören. Das Internet war gestern, heute funken wir. Bitte weitergeben, danke. Jo, mach ich, 73 an dich, schönen Restsonntag. Und ich rufe dann den Rüdiger, die Station Ulrichstein 1. Ja, hallo Uwe, ich kann dich gut hören. Hier die Station Ulrichstein 1, Teilnehmernummer 181. Du hast ein Passwort für mich. Ja, Roger, und zwar streng geheim, das Internet war gestern, heute funken wir. Alles klar, Passwort ist angekommen, das Internet war gestern, heute funken wir. Wunderbar, 73, schönen Sonntag. Okay, dann rufe ich als nächstes den Teilnehmernummer 82, die 82, der alte Fritz in Oberrode bei Fulda bis zur Kurve. So, jetzt sind wir durch. Drei Minuten vor zwei, also letztes Jahr waren wir um, wie viel war das denn? Ich glaube, um halb eins, kurz nach halb eins waren wir durch. Also, wenn es hier diese Ecke war durch. Und diesmal wirklich, naja gut, wenn man über eine Stunde an sieben Stationen hängt, dann wundert es einen nicht, dass sich das so in die Länge zieht. Kaum sind wir hier drüben und das läuft eins nach dem anderen. Wir haben die vierte Seite, kann man sagen, komplett schon durch. Wo es da gehängt hat, keine Ahnung. Na, viele sind wirklich abgesprungen, aber naja, was soll's. Kann man nicht verdenken, hat sich wirklich alles extrem in die Länge gezogen. Gut, ich würde sagen, das war's für die Funkstaffel 2024. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video rauskommt. Habt die 55, 73 und noch einen restschönen Sonntag. Macht's gut. Ciao.